hallo und herzlich willkommen bei glatt rasiert heute soll es mal um ein thema gehen was nicht direkt mit der rasur zu tun hat aber irgendwie doch denn es geht um das thema dürfte ein thema was mir auch sehr am herzen liegt womit ich mich auch gerne beschäftige und was mir bei einer rasur auch wichtig ist also wenn ich morgens dann anfangen meine pre-shape creme dann schon öffne und mir kommt dann schöner erfrischender geruch entgegen der mir so einen kleinen booster für den tag verleiht finde ich das schon sehr angenehm gefolgt von der rasierseife die ich dann schön aufschäumen kann und der duft von der rasierseife sich dann im ganzen badezimmer vor sich verteilt bis hin zu dem aftershave was ich mir dann auftragen kann und danach wohl duftend aus dem bad gehen kann bis hin zum eau de toilette oder parfum oder was auch immer ich mir dann aufsprühe wenn ich dann das haus verlasse also das ist so ein thema was irgendwie für mich auch mit dem rasieren direkt zusammen gehört also eine schöne rasur ohne wohlduftendes aftershave ist für mich eigentlich keine komplette rasur insofern ein schönes thema mit dem ich mich auch gerne befassen ich habe in der relativ schöne sammlung an düften und würde euch heute gerne einmal 20 tolle dürfte vorstellen die ihr für unter 20 euro bekommen können gut okay nun macht der geeignete zuschauer denken naja und da wird das internet ist natürlich jetzt nicht unbedingt vielleicht die geeignete plattform da dürfte zu transportieren duft internet oder geruchs internet gibt es ja noch nicht das ist insoweit auch komplett richtig nun ist es allerdings so dass unser gehirn wenn es dürfte ablegt quasi im duftgedächtnis wenn man so will diese dürfte immer irgendwie koppelt an orte situationen in dem man sich befunden hat koppelt mit menschen die man vielleicht dazu in dieser situation getroffen hat also so ein duft alleine oder der geruch alleine da ist unser gehirn so ein bisschen mit überfordert das kann zwar und duft kategorisieren in positiv oder negativ also positiv in dem sinne oder das riecht gut geht keine gefahr von aus wunderbar und negativ das riecht fürchterlich ganz ganz furchtbar geht eine gefahr von aus vielleicht für die gesundheit und so weiter da bitte achtung also das kann das gehirn schon aber einzelne duftnoten abzulegen passiert in der regel immer in verbindung mit anderen dingen die man dann hier sehr wohl schon visualisieren kann dann jetzt auch beim medium internet also das funktioniert so ein bisschen das hilft so ein bisschen dabei wenn man über dürfte dann redet das mit bestimmten situationen orten keine ahnung jahreszeiten oder oder so ein bisschen zu koppeln gut dann macht es zunächst auch sinn sich einmal mit dem organ zu beschäftigen und was für das riechen verantwortlich ist das nämlich unsere nase da befinden sich auf einem 15 quadratzentimeter großen punkt 30 20 bis 30 millionen riechtzellen die für das riechen erforderlich sind oder notwendig sind damit nämlich gerüche war das ist so fein ausgelegt dass man in einer halle die 500 mal 100 meter ist und 20 meter hoch ist kann der mensch schon fünf milligrammen des duftes der in knoblauch enthalten ist wahrnehmen also da kann der mensch wenn er so eine halle betritt und da befinden sich fünf milligramm dieses duftstoffs drin er nimmt die nase da schon war und sagt mir hier riecht es noch irgendwas also die diese 20 bis 30 millionen riechtzellen die machen schon guten job in unserem leben also so im normalen leben sicherlich eines der fünf sinne das riechen den wir so am wenigsten beachtung schenken das wird eigentlich erst interessant wird plötzlich nicht mehr riechen können das haben jetzt viele erfahren durch corona die plötzlich war der geruchs und geschmacks weg und dann ist man schon deutlich eingeschränkt also wenn man nicht mehr riechen kann ist das ein echtes problem für die menschen also rein von der entwicklungsgeschichte der menschheit bei tieren ist es noch ganz anders ausgeprägt ja so ein geruchssinn ist das ja auch eine sinnvolle sache also der soll uns waren was weiß ich wenn wir jetzt irgendwas essen wollen das machen wir unwillkürlich dass wir erstmal an den sachen riechen dass man erstmal dass das gehirn erstmal abcheckt geht von dem jetzt eine gefahr aus ist das vielleicht irgendwie vergoren oder verschimmelt oder der schimmel würde man dann ja sehen das in optische wahrnehmung ist das die irgendwie gefährlich das zu essen und so geruch kann dann auch reflexe auslösen und würgereflexen dabei bei irgendwelchen düften die dann ganz fürchterlich sind und wenn das fehlt dann sind wir schon deutlich eingeschränkt also das riechen an sich ist wichtiger als man das so im normalen alltag eigentlich für möglich hält eine ganz wichtige sache zu riechen wir haben sowas wie duftgedächtnis das gibt es da werden halt dürfte abgelegt die das gehirn identifiziert hat wo man dann wo das gehirn dann sagt okay das ist ein angenehmer durch von dem geht keine gefahr aus das wird kategorisiert in bereiche gefährlich und ungefährlich und das problem bei diesen dürften die wir dann oder die das gehirn ständig wahrnimmt ist die sind dann für das gehirn nicht mehr von so großen belangen das heißt wenn wenn jetzt ein schöner duft da ist oder ein bestimmter duft da ist dann kategorisiert das gehirn den als okay angenehm wie keine gefahr von aus und legt es im duftgedächtnis ab und da bleibt es dann und das gehirn schenkt den keine große aufmerksamkeit mehr und das ist ein problem gerade beim thema dürfte die ich euch hier vorstellen will dass man dass das duftgedächtnis diese angenehm dürfte die es irgendwann mal als angenehm dann kategorisiert hat nicht mehr so stark wahrnimmt weil die für das gehirn nicht mehr so interessant sind die sind einmal identifiziert wurden abgelegt und das führt dazu dass man besonders bei dürften die ich euch vorstellen möchte ein stück weit geruchsblind auf wird also es ist ein gewöhnungsprozess man gewöhnt sich an diesen duft man riecht ihn immer wieder und man nimmt ihn dann irgendwann gar nicht mehr wahr das ist so der typische effekt wenn ihr jetzt in eurer wohnung euch aufhaltet jede wohnung hat irgendwie so ein eigengeruch das ist einfach so wir selber nehmen das nicht mehr wahr weil wir ständig in dieser wohnung leben wenn man jetzt aber erst mal zwei wochen oder drei wochen vielleicht verreist ist und kommt dann zurück in seine wohnung dann ist man in den zwei bis drei wochen urlaub mit ganz anderen gerüchen ist die nase da konfrontiert worden man kommt jetzt wieder zurück in die wohnung dann riecht man plötzlich wieder den geruch seiner wohnung nimmt die plötzlich wieder war weil die nase das jetzt ist mal wieder neu oder das gehirn kategorisieren muss also das ist diese nasenblinder geruchsblindheit was bei vielen dürften insbesondere die wir uns dann ansprühen oft eintritt also man 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 richtig gar nicht mehr selber und sprüht dann ordentlich gibt gummi ordentlich rauf damit und das umfeld dreht fast durch wenn man da mit einer riesigen luftwolke ankommt die man selber vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt aber diejenigen die einen jeden tag um sich herum haben die nehmen das ihr wohl war und vor allem das vom hocker das ist also ein bisschen duftgedächtnis und geruchsblindheit das ist eine so eine geschichte die da auch mit rein spielt es gibt so gewisse dürfte da sind wir als menschen darauf geprägt die wir als angenehm waren nehmen zum beispiel ist das vanille also das man hier ist also sagt man dem so nach die muttermilch also die muttermilch die wir als sorgling da verabreicht kriegen oder uns da dann holen die hat so ganz ganz leichten touch von vanille deswegen wird zum beispiel vanille von fast allen menschen positiv besetzt wird gerne gerochen wogegen das bei anderen dürften eben da ganz anders sein kann weil die eben an bestimmte situationen gekoppelt sind also das ist zum beispiel so etwas bei dem duft tabak original das aftershave oder toilette was es da gibt von meure und wert das ist so ein duft den der vater von meiner frau getragen hat und meine frau war mit ihrem vater also da ständig über kreuz das war kein gutes verhältnis und wenn sie das riecht dann muss ich immer an den denken und das löst in ihr so ein reflex aus also das macht diesen duft einfach nicht also ich brauche gar nicht damit anzukommen und mir diesen duft aufzutragen weil sie das immer mit dem mit dem vater in verbindung bringt und das kann jetzt beim anderen menschen der den duft vielleicht mit ihr mit seinem netten vater in verbindung bringt und denn eine ganz tolle kindheit hatte und alles wunderbar war ganz anders sein oder der besetzt diesen duft ganz anders deswegen ist das mit dürften immer so eine sache also wenn ich euch jetzt den duft empfehle dann ist der nach meinem feeling oder von meinem vielen hier ein toller duft von meinem duft von meiner dufterinnerung von meinem duftgedächtnis her das muss bei euch nicht unbedingt so sein das kann ganz anders sein je nachdem mit welcher situation jetzt diesen duft oder diese duft richtung da verbindet oder assoziiert das ist interessant zu wissen über dürfte finde ich ja liebe geht durch die nase sagt man also ob wir jemand sympathisch finden oder nicht das entscheidet viel unsere nase können wir nicht gut riechen oder können wir den nicht gut riechen ich arbeite in einem personale ausfallzentrum bei der berufsfreie in hamburg das ist mein job und macht da eben auch viel die bewerberinterviews für die bewerbergespräche dort mit den bewerbern und wenn so bewerber reinkommt dann nehme ich die natürlich erstmal wie ist der gekleidet wie ist seine haltung wie tritt er auf aber ich nehme natürlich auch seinen geruch wahr und man kann mit einem geruch schon gewisses statement setzen also sein gegenüber kann man damit auch gewisse sachen signalisieren das ist schon eine ganz wichtige sache also wenn da jemand reinkommt der einfach unangenehm riecht weil er jetzt vielleicht ungewaschen ist oder unsauber ist oder weiß was auch immer dann hat das schon maßgeblichen einfluss wie ich diesen menschen beurteile also mit einem guten durft kann man da auch viel für sich tun also meine mutter hat damals immer gesagt das fand ich ganz wichtig wichtigen ausspruch junge wir werden schon nicht gut aussiehst dann musst du wenigstens gut riechen und das ist auch so also mit dem geruch kann man die menschen auch mit einem guten geruch kann man die menschen auch für sich einnehmen dass das muss man ganz deutlich sagen also man kann statement setzen das geht so weit dass man bei regelmäßiger anwendung wird zum duft auch zu seinem markenzeichen signatur duft nennt man das dann ich habe da auch so einige dürfte die ich über viele jahre regelmäßig getragen habe da wussten die leute immer schon wenn sie das gebrochen haben jetzt kommt er hat er jetzt ist er da das ist einfach so ein schöner signatur duft der kann das eigene ego auch unterstreichen also ein guter duft ist für mich auch immer so was diesen booster also der bringt mich nach vorne der 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 triggert mich an mein ego mein selbstbewusstsein wird dadurch unterstützt und das ist das tolle an diesen dürften dürfte haben zudem auch die die macht so vergessene erinnerungen wieder wach zu machen also es gibt so gewisse dürfte die ich wahrgenommen habe damals in meinem ersten urlaub in den usa in las vegas wo die ganzen shopping malls und auch die hotelhallen und casinos die haben alle sind alle beduftet worden durch die aircondition und hat einen ganz bestimmten geruch und wenn man den wenn ich den jetzt hier wahrnehme neulich bin ich mal irgendwo wieder in so einem einkaufszentrum gewesen ich weiß gar nicht wo der outlet center war das glaube ich und da roch das auch so und sofort hatte ich wieder diese bilder und erinnerungen an diesen ersten usa-urlaub im kopf also duft und dürfte sind schon eine tolle sache ein super thema mit dem man sich gut befassen kann und ja so viel war das jetzt erstmal einleitung quasi zu dürften was mir wichtig war so ein bisschen zu transportieren und dann würde ich sagen kommen wir jetzt einmal zu den dürften selber kommen wir zunächst einmal zum duft an sich selber also die dürfte die man kaufen kann die werden maßgeblich davon beeinflusst wie viel duft ölanteil in diesen dürften enthalten sind die schwächste form die man sich als duft zulegen kann ist ein eau de cologne das hat circa fünf prozent duft ölanteil gefolgt vom eau de toilette das hat immerhin schon neun prozent duft ölanteil bis zu hin zum perform was dann 20 prozent duft ölanteil haben kann dann gibt es auch extrakt de parfum das hat dann teilweise bis zu 30 prozent duft ölanteil und ein extrakt intense parfum das sind immerhin schon 40 prozent duft ölanteil so unterscheidet sich das und dieses duft öl ist eben dafür verantwortlich wie intensiv wir diesen duft wahrnehmen und auch wie lange der duft hält ja bei den zehn dürften die ich euch hier vorstellen möchte handelt es sich im prinzip fast komplett um kopien erfolgreicher designer dürfte die so auf dem markt gibt sogenannte dupes oder dupes kommt aus dem englischen und bedeutet zu viel wie betrüger oder jemanden so ein bisschen übervorteilen das sind also dürfte die ähnlich riechen zum teil komplett so wie die original dürfte riechen also ja kopien oder homagen daneben auch an tolle dürfte das ist auch völlig in ordnung in diesem falle weil man für dürfte gibt es kein copyright oder so also ein geruch da kann ich nicht hingehen zum amt und sagen das möchte ich mir jetzt hier registrieren lassen wie zum beispiel war für sich eine firmenname oder logo oder sowas die kann man sich rechtlich sichern das ist mit dürften nicht möglich also jeder kann daher gehen und solange mit dem chemiebaukasten romantieren bis er da irgendwie einen erfolgreichen duft komplett kopiert hat und das ist auch völlig legal und völlig in ordnung ein duft kann ich mir nicht sichern man kann sich ja offensichtlich sogar eine farbe sichern also soweit ich das gehört habe dass die telekom sich da dieses magenta genau diesen farbton hat sichern lassen mit dem duft geht das nicht also das funktioniert nicht ja also das sind in der regel dupes oder duftzwillinge nennt man das auch auf deutsch die ich euch hier vorstelle von sehr bekannten und sehr erfolgreichen diese einer dürften ja warum habe ich da kein schlechtes gewissen zum beispiel solche dupes zu verwenden also in der regel verwende ich dupes von düften die ich auch im original habe oder zumindest hatte viele diese dürfte die ich euch vorstelle oder die ich dann auch im original hatte das sind dürfte die schon ein bisschen älter sind also sind jetzt nicht dürfte die jetzt letztes jahr erschienen sind oder so da habe ich eben auch ein dufterinnerung dran die ich vielleicht in meiner jugend hatte oder was ich meinen frühen jahren da gerne getragen habe also ältere dürfte und bei älteren dürften ist es häufig so dass die hersteller diese formulieren also das kann dadurch geschehen dass sie einfach sagen wir schrauben das runter wollen mehr geld verdienen indem wir einfach den duftölanteil reduzieren oder kann auch daran liegen dass durch irgendwelche vorschriften gewisse duftstoffe dann plötzlich nicht mehr erlaubt sind und die ersetzt werden müssen durch andere duftstoffe diesen nicht mehr so intensiv sind also das ist oft so dass dürfte mit der zeit einfach verbessert werden das habe ich bei vielen dürften so und da ist es manchmal so dass die dupes die es denn da auf dem markt gibt teilweise intensiver sind als das original und beim beim preis der deutlich darunter liegt also das ist nämlich das problem wenn dürfte verwässert werden dann werden die wird die intensität des dufts verwässert aber der preis bleibt meistens stabil und das ist dann so eine unschöne sache also ich habe hier einige dürfte dabei die ich früher gerne getragen habe die richtige power dürfte waren die rausgehauen haben die den ganzen tag gehalten haben und heute sind die nur noch schatten ihrer selbst halten zwei stunden dann kann man die gar nicht mehr wahrnehmen und das ist so eine geschichte da sehe ich es dann nicht ein 100 euro für den duft auszugeben der vielleicht nur zwei stunden hält das ist einfach so da nehme ich dann oder greife dann zum dupe selber auch und bin von dem dann von der performance her besser bedient ja also man darf beim dupe trotzdem nicht vergessen also ein guter duft das hatte ich vorhin erwähnt denkt der der kann ja schon ein bisschen nach vorne bringen ist ein ego booster man fühlt sich irgendwie luxuriös man fühlt sich toll mit so mannigem tollen chanel duft auflegt dann fühle ich mich einfach gut da kann ich gar nichts machen das bringt mich nach vorne wenn ich jetzt den gleichen duft nehmen und das ist ein dupe der kostet vielleicht statt 120 euro 20 euro dann ist das zwar der gleiche duft aber der bringt mich nicht so weit nach vorne das ist einfach so ich für meinen teil nehmen das so wahr das ist natürlich auch jetzt so die frage wenn jetzt jemand begegnet und der fragt mensch toll du ist heute so toll was ist denn das dann erzählt man natürlich lieber das ist ein duft das weiß ich von chanel für 120 euro anstatt dass ich sage das ist ein duft von lidl für 2,45 euro also das ist einfach so man ein dupe so toll der auch ist kann das original in der regel so mein empfinden klingt vielleicht ein bisschen crazy ist aber so nicht 100% ersetzen you get what you pay sagt man ja das ist nicht immer so und das kann man bei dürften auch so nicht unterschreiben aber das muss man im hinterkopf haben also 100% ich kann so ein dupe das original in der regel nicht ersetzen gut ja also alle dupes die ich euch hier heute vorstelle oder dürfte die ich euch sind nicht alles dupes sind auch einige eigenständige dürfte dabei also die habe ich vorher alle side by side getragen also das heißt das original auf der einen und dann die kopie oder den duft zwilling auf der anderen seite und habe die miteinander verglichen und kann sagen das sind dürfte die der normale mensch auf der straße nicht auseinander halten kann also die ähneln sich schon wirklich sehr geübte nasen mögen da gewisse unterschiede wahrnehmen aber die müssen schon sehr gut sein also ich habe sicherlich auch eine recht gute nase aber ich kann das kaum wahrnehmen also das sind alles dups oder duft zwillinge die wirklich vom original kaum zu unterscheiden sind gut jetzt aber wirklich zu den dürften und zwar fangen wir an mit den top 10 durch den ich euch vorstellen will und der kommt jetzt ja hier ist sie meine top 10 unter den zehn besten dürften unter 20 euro das ist perfumus choice number 9 victor von milton leute ja mitten leute seine firma aus großbritannien und stellt eben kopien bekannter luxus dürfte her so sieht der flakon hier aus beim flakon darauf achten der ist mit druckgas gefüllt ähnlich wie ein deo also wenn ihr oben den sprüher betätigt dann kommt da gleich eine mega lautung raus wollen wir hier einmal kurz ja super duftnoten die vorherrschen sind hier apfel ananas und johannisbeere ja und das ganze ist eine kopie von einem duft von denen ich auch nur letztendlich hier so eine kleine abfüllung habe weil der duft dermausten teuer ist das ist eine kopie vom berühmt berüchtigten creed aventus creed aventus ein toller duft wie gesagt ich habe mir hier auch nur eine kleine abfüllung gegönnt weil 100 milliliter von creed aventus da habt ihr dann 300 euro auf den tisch zu legen also das ist schon ganz happig aber der duft ist einfach klasse apfel ananas johannisbeere schön frisch und fruchtig absolut toller sommer duft das problem bei diesem original creed aventus ist die relativ schlechte haltbarkeit also das ist hier ein duft wie eine kleine abfüllung hier habe ich schon genug geld für auf den tisch gelegt eigentlich war auch schon recht teuer wenn man sich das vorstellt hier so ein paar milliliter die haltbarkeit von creed aventus ist relativ schlecht also die nimmt man zwei vielleicht drei stunden war und dann war es das und dafür dann 300 euro zu bezahlen hier ist es mit der haltbarkeit ähnlich die nimmt man auch nur zwei drei stunden war aber dafür legt man dann eben auch keine 300 euro auf den tisch sondern da kosten 50 milliliter 7,70 euro also das ist so ein 50 milliliter flakon gibt es auch im 100 milliliter flakon ist ein bisschen teurer also ich habe diese hier genommen da habe ich mir dann zwei flakons bestellt da habe ich dann irgendwie 15,40 euro dann für bezahlt und keine 300 euro vom duft her wenn man die beiden side by side mal so vergleicht auf dem handrücken ist das hier etwa 98 prozent sagen das original hat so ein bisschen ist so ein bisschen rauchig auch noch im unterton das kommt so ein bisschen später raus diese so ein bisschen rauchige note die fehlt hier fast hier dominiert so ein bisschen die frucht mir gefällt das hier fast noch besser es ist ein toller toller duft den ich euch da wirklich wärmstens ans herz legen kann für einen super preis und passt toll in den sommer bin ich absolut von begeistert absoluter komplimente könig also da kommt die leute wirklich massenweise an und fragen nach mensch was das hier ist und nach was man da duftet so toll duftet hat auch eine relativ gute siage also siage ist quasi die duftwolke in dem man dann gehüllt ist wie man so hinter sich hier zieht oder die sich um einen rum so aufbaut wie gesagt die haltbarkeit ist jetzt auch nicht so doll aber zwei bis drei stunden hält das eben und für den preis muss man dann entsprechend nachsprühen also das ist eine sache die ich euch hier ans herz legen kann 7,70 euro habe ich bezogen bei evonatec das ist ein versandhandel aus holland da habe ich das bestellt gibt es aber auch bei amazon wie gesagt dann auch in 100 milliliter flakon der hat mich hier 7,70 euro gekostet bei evonatec den link blende ich euch nachher auch unten ein oder kommt in die beschreibung in die video beschreibung rein dass ihr das dann da auch ordern könnt evonatec 7,70 euro 50 milliliter absolute preisempfehlung absoluter sommer king hier perfumost choice nummer 9 victor von milton lloyd ja kommen wir nun zu einer geschichte die viele von euch kennen werden das sind die düfte von lariffe man kennt das meistens oder diese düfte aus vielen drogerien ob das rossmann ist dm oder müller da gibt es die zu kaufen ich will den mal hier rausholen lariffe das ist jetzt der duft grey point nennt sich der lariffe ist ein dufthaus aus polen und die haben eben auch erfolgreich designer dürfte nach ich habe schon viele davon getestet viele sind so lala das geht so ein bisschen denn in die richtung vom original aber treffen da den den nerven nicht so ganz richtig hier dieser duft ist toll das ist im übrigen ein duft zwilling hier das ist das original von boss bottled boss bottled ist so eine geschichte ja ich habe mir schon fast überbrochen aber das habe ich schon einige flakons von gelehrt hier von boss bottled da dominiert quasi apfel und zimt ja boss bottled ist auch so ein bisschen runter geschraubt worden im laufe der jahre also von der intensität her und ist jetzt im prinzip auch die niveau angekommen hier von diesen lariffe also die beiden haben im prinzip die gleiche haltbarkeit und auch die gleiche siage also die luft wolke die sie da produzieren da ist ja die kopie genauso gut wie sein boss sozusagen also ja der preis ist eben hier 6 95 für 100 milliliter oder sind das 90 glaube ich muss das eben mal selber noch mal schauen wir sind nur 90 milliliter bezahlt ihr ab 6 95 das ist immer so ein bisschen unterschiedlich war es bei müller den euro teurer da kostet 6 statt 6 97 95 und dann hat er ihnen wieder ein euro günstiger also so das sind die beiden zwillinge und da kann ich sagen hier die sind 100 prozent identisch ich kann die nicht auseinanderhalten wenn ich sie blind sprühe insofern ist das hier völlig in ordnung wenn ihr 6 95 ausgibt das kann jemand im vorbeigehen oder selbstverständlich eurer freund freundin oder frau oder sie wird das nicht auseinanderhalten können absolut identische düfte und haben wir hier das original weiß jetzt gar nicht genau wo der preislich an aktuell liegt wird sicherlich auch so bei 40 50 euro liegen und hier haben wir einmal so ein dupe von 6 95 und das riecht wirklich also wenn man den hier einmal es ist wie das original also da ist nicht kann man nicht unterscheiden kann man nicht unterscheiden und wie gesagt die haltbarkeit ist also vom larif ist genauso schlecht hier wie vom original was bottled toller duft kann ich euch ans herz legen auf platz 9 great point so nennt sich das von larif aus polen ja platz 8 meiner duft charts unter 20 euro verbirgt sich hier in dieser schönen verpackung das ist 360 red formen von perry ellis ich will einmal hier den flakon rausholen so sieht das ganze teil aus ja kann ein in eine gewisse richtung antriggern wenn man das ganze sich hier so anschaut verbirgt sich immer ein klasse duft hinterher muss ich sagen also das ist schon ein heftiger flakon ja gut macht sich im bart vielleicht auch nicht so gut aber der duft ist wirklich toll verbirgt sich nämlich ein duft dahinter der sehr sehr große ähnlichkeit hat zum bekannten aqua di geo von armani ist ein würzig fruchtiger so ein bisschen aquatischer duft und ist für mich auch im direkten vergleich mit dem original erkennbar also man wird öfter angesprochen wenn man den trägt und ich trage den schon häufig man sieht das ist nicht mehr viel drin wird man öfter angesprochen so von wollten die sich dann wahrscheinlich auch mit düften auskennen und sagen na heute aqua di geo aufgelegt und so also selbst die können das dann offensichtlich nicht voneinander unterscheiden peri alice 360 red bekommt man dafür da habe ich jetzt gerade geschaut bei idealo liegt der aktuell gibt es den ab 30 euro also ich habe den hier gekauft ich meine für 17 99 100 milliliter aktuell ist er für den preis nicht zu haben deswegen will ich den hier auch nicht unbedingt ans platz acht nehmen da gibt es gleich ein ersatz duft für weil der aktuell eben gar nicht mehr für den preis erhältlich ist gibt es aber immer wieder im angebot kann ich euch trotzdem empfehlen weil das ein toller ein toller duft ist also er ist jetzt nicht eine 100 prozent kopie von diesem aqua di geo so klein wenig würziger finde ich und auch so ein bisschen fruchtiger aber essen ist zum verwechseln ähnlich wie gesagt auf der straße wird man das so gar nicht erkennen den unterschied ein toller duft und das gute an dieser geschichte ist die haltbarkeit und die siage in die er einhüllt ist deutlich besser als vom original das ist wirklich ein duft erhält hier sechs bis acht stunden locker nimmt man den immer noch mal wieder auf der haut war und ja toll das ist und immer gehe also da macht man nichts verkehrt mit die leute werden ihn lieben müssen ist ein richtig richtig schöne angenehmer durft wie gesagt hat so ein bisschen eigenständigkeit auch ist jetzt nicht eine gnadenlose kopie sondern ich kann das hier nur empfehlen aqua di geo das ist eigentlich aqua di geo selber ist ein klassiker und das kommt in sehr neu also ich würde das jetzt nicht als du unbedingt bezeichnen aber die duft richtung oder die duft dna sagt man ja auch die kommt im original schon sehr neu ja meine nummer 8 360 red formen von perry alice ja quasi als ersatz für den eben gezeichneten also platz 18 360 red weil es den ja aktuell gar nicht 120 euro gibt habe ich euch diesen duft hier mitgebracht und zwar ist das man cobert ebenfalls von milton leute ja das ist ein toller duft der der absolut den vintage fahrenheit von dior nachgefunden ist also damals zu meiner zeit als fahrenheit rausgekommen ist war es ein absoluter kracher der hat einen ganzen tag begleitet wenn man da ein paar sprühe sprühe sich morgens aufgetan hat heute wenn man sich heute die aktuelle version kauft auch nur noch schatten seiner selbst der haltbarkeit ist deutlich runter geschraubt die ganze projektion da ist eigentlich nicht mehr viel vom original übrig geblieben das original hatte so eine typische benzinnote sagen viele dazu auch also hier dominiert so ein bisschen lavendel feilchen und leder in dem duft und das nimmt von vielen so als als benzinnote wahrgenommen und das war beim vintage duft sehr stark ausgeprägt das ist heute kaum mehr wahrnehmbar für viele und bei diesen ist das quasi alles wieder lebt das alles wieder auf richtig wie dieser vintage fahrenheit mit einer enormen performance hier auf jeden fall deutlich besser als beim original dass man heute so kaufen kann den den djor fahrenheit und da habe ich auch schon etliche flakons von geleert von fahrenheit und bin mit der aktuellen version überhaupt nicht mehr zufrieden die hatte ich mir neulich mal wieder gekauft habe die zwischenzeit wieder weitergegeben weil ich da überhaupt nicht mehr zufrieden bin da nutze ich dann hier den dub der kostet hier zwei sonne 50 milliliter flakons bezahlte 17 euro 50 und das original liegt 100 milliliter ich glaube sogar 70 oder 80 euro irgendwo dazwischen bewegt sich das meistens ja und hier 100 milliliter dann quasi 17 euro 50 und habe mit deutlich bessere performance und habt eben diesen duftcharakter für den eigentlich dass fahrenheit so berühmt ist oder das was was es auch so unique macht und so unverwechselbar nämlich diesen benzingeruch wenn es ich würde jetzt nicht benzingeruch sagen aber das ist schon so ein bisschen ja wie soll man das bezeichnen also das ist hier so ledrig feilchen es ist ein ganz uniker duft also wer das einmal gerochen hat der wird das immer wieder erkennen das ist ja viele dürfte die riechen irgendwie grenzen sich gar nicht von vielen anderen dürften so richtig ab und das ist mit dem fahrenheit ist uns unverwechselbar das erkennt man sofort dass es fahrenheit also eines der dürfte die sofort als ist es in der nase hat und immer wieder erkannt habe fahrenheit und das ist eben hier ein toller toller duke den ich euch absolut ans herz legen kann quasi jetzt der ersatz für das davor gezeichnet peri alice in diesem roten dildo flacon weil der eben nicht für 120 euro zu haben ist der ist hier für 120 euro zu haben und vom duft her auch eben ganz ganz klasse gemacht umgesetzt mit einer super super haltbarkeit deutlich besser als das original ja man cobalt von milton leuth ja beim nächsten durch den ich euch vorstellen möchte handelt es sich wieder um einen eigenständigen duft und zwar ist das marbert ich will den flakon rausholen ja marbert ist ein toller duft ein toller duft so sieht der flakon aus von marbert um die duftnoten die hier vorherrschen sind zitrus moos und ceder das ist ein richtig richtig schöner duft eigenständig wie gesagt jetzt nicht einem großen designer duft so nachempfunden wunderbar krautig grün duftet sehr sehr erwachsen dieser duft sehr männlich für mich löste immer so ein vertrautes beruhigendes tolles gefühl in mir aus also dabei signalisiert mir irgendwie mein duftgedächtnis da muss es irgendwie eine situation gegeben haben wo ich sage mensch vertraut beruhigend toll ja wer dürfte kennt und unter anderem vielleicht bogart for man oder bogart one man show erkennt das geht so ein bisschen in die richtung also so ein bisschen mosig krautig grün auch mit 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 ganz wenig süße nur also man kann den toll testen beim müller oder den müller zu haben für 9,99 euro hier so ein 100 milliliter flakon geht hin testet den hat eine tolle haltbarkeit habt ihr mindestens sechs stunden was davon wenn nicht mehr und hat durch diesen durch diesen tollen duftcharakter hat er irgendwie auch das zurück zum signaturduft also den trage ich auch unheimlich gerne und das wäre auch so ein duft wo ich sagen könnte okay wenn ich nur ein behalten da dürfte dann könnte das auch hier marbert om sein und ich habe viele andere tolle dürfte muss man dazu sagen teure dürfte auch aber marbert om ist ein echter kracher aus der bückzone muss ich sagen für 9,99 euro und dann so einen tollen stoff dass das ist schon eine absolute leistung also ich bin mit denen hier sehr zufrieden ist jetzt nicht unbedingt so ein duft den sich vielleicht 19 jährige ansprühen sollte kann er auch also das erfordert schon ein bisschen weiß ich auch nicht reife oder oder ein gewisses alter sag ich mal um mit denen es ist nicht so der süße party duft heute so diese diese schlüpfer stürmer dürfte da also ganz furchtbar klebrig süß sind also das ist ja nicht ist also kein clubbing duft oder so sondern das ist schon sehr maskulin und herb aber ein toller duft kann ich nur empfehlen platz sieben rom von marbert ja platz sechs meiner top 10 duftcharts unter 20 euro ist tabak original craftsman ich hatte euch das tabak original craftsman bereits schon einmal in einem meiner rasurvideos vorgestellt ist ein toller toller duft gar nicht so wie man das vielleicht von meurer und wirth tabak jetzt erwarten würde ist ja bekannt eigentlich für dieses tabak original für diesen relativ alten abgestaubten oder angestaubten tabak duft ein bisschen penetrant nach tabak riecht das ist eine ganz andere nummer für mich in der mischung aus dior sauvage also das tolle dior sauvage für die oder für das auch johnny depp werbung macht aquatischer frischer duft und eine mischung aus office von mann also die hausmarke oder der duft von jeremy fragrance frage rent der hier auch auf youtube duft videos macht riesen channel hat und da seine eigene linie raus gebracht hat also eine mischung aus beiden dior sauvage und office von mann hier sind so die duftnoten bergamot pfeffer und lavendel die duftmacher schöne schöne aquatisch frische geschichte die auch absolut gut im sommer frühling oder auch meinetwegen in den herbst passt hier sind so ein paar duftnoten als ergänzung drin nämlich grapefruit was das ganze dann noch so ein bisschen fruchtiger macht tonka bohne also ein klein wenig mehr süße gibt und in der basisnote so ein kleiner touch leder drin also das sind so sachen die man im sauvage nicht unbedingt findet das ist auch ein eigenständiger duft wie gesagt er geht so ein bisschen in die richtung vom sauvage und dem office ja es ist nicht ganz so aquatisch aber passt absolut gut jetzt in den sommer rein den sollte man auf jeden fall mal testen den gibt es auch so in vielen drogerien bei douglas auf jeden fall und auch so müller hat das vorrätig man wird sich wundern also ich hätte unter tabak jetzt hier nicht unbedingt so einen tollen duft erwartet und der duftet wirklich überraschend angenehm ist auch ein eigenständiger duft wie gesagt geht von der duftdna so ein bisschen in die richtung ist aber eigentlich was eigenständiges und man bekommt den ab 9,90 euro hier für 50 milliliter sind sie glaube ich ne 100 milliliter sind hier sogar drin 50 milliliter bekommt ihr ab 9,99 euro hier geliefert ein toller duft der auch eine relativ gute haltbarkeit hat er ist jetzt nicht der haltbarkeitskönig aber 4 bis 6 stunden habt ihr schon was von dem duften ein wirklich toller duft den man absolut mal ausprobieren sollte mich hat der absolut überzeugt und angetriggert weil er eben so schön fruchtig ist und den kann man auch zu jeder gelegenheit irgendwie tragen ob das im winter ist oder auch sommer der passt da überall gut rein und ja überzeugender duft für dünnes geld muss man sagen tabak original craftsman das ist hier meine nummer 6 ja nun kommen wir zu platz 5 und da liegt wieder ein weiterer duft aus dem dufthaus milton lloyd das ist the man silver ja the man silver ein toller toller dupe oder ein duftzwilling so schaut der flakon aus von kuros oder kuros von yves Saint Laurent und zwar so wie kuros in der vintage version damals erhältlich war es ist hammer was sich in diesem kleinen flakon hier verbirgt ich will hier einmal so einen kleinen auch wieder mit druckgas befüllt hier vorsichtig sein beim dosieren wie so ein deo irre also kuros ist nun ein duft ich will nicht sagen dass er umstritten ist der ist sehr speziell dieses vintage kuros oder auch das kuros was aktuell so erhältlich ist ist unheimlich würzig seifig und animalisch also viele sagen der richte aus ein bisschen nach autobort klo oder autobort toilette also das ist das was viele so mit den kuros hier verbinden das würde ich so jetzt nicht sagen aber das ist auf jeden fall ein duft für den man eier haben muss also das ist jetzt hier kein der will nicht spielen hier der will ein statement setzen dieser duft das muss man mal ganz klar sagen das ist schon nicht ohne aber für mich ist das himmlisch was sich da aus diesem flakon entwickelt also das ist ein echter kracher kuros wie gesagt ist ein älterer duft schon der ihn gibt schon ein paar jahre auf dem markt und auch der ist wie gesagt verwässert worden reformuliert und noch mal reformuliert weil er eben auch so speziell ist wahrscheinlich und hier habt ihr im prinzip diese vintage version vom kuros und das für einen preis und sage und schreibe 6,11 Euro wird er jetzt auf amazon gehandelt für 50 ml wo das originale kuros so bei ja ich sag mal ab 70 euro ist das zu haben und hier 50 ml für 6,11 Euro also dann wären dann für 100 ml 12,22 Euro das originale was jetzt deutlich verwässert ist für 70 Euro also das ist ein toller duft und was hier besonders toll ist ist diese monster performance also der duft hält hier locker über zehn stunden deutlich über zehn stunden den nimmt man auch noch am nächsten tag war wenn man ihn auf klamotten sprüht dann hält er drei oder vier tage das ist der hammer was hier in der also das ist bei diesem da gibt es von milton und neuth werde ich euch sogar noch noch im duft vorstellen das ist wahnsinn was das für eine power hat also da muss man in der in der designer duftwelt die alles das was es heute so auf dem markt gibt lange lange suchen nach dürften wie so eine ausdauer und so eine performance haben also eine duftwolke und so eine siage die hüllen also hier spürt man einmal kurz ein zwei sprühe dann riecht der ganze raum wird von diesem duft hier eingenommen das ist ein echter hammer also ich bin so ein typ ich rieche auch wenn ich mir was ansprühe dann möchte ich auch danach riechen und dann möchte ich auch wahrgenommen werden und der sorgt dafür der setzt hier ein statement und mit diesem duft setzt hier ein statement weil er speziell ist aber er ist himmlisch ich kann das schwer beschreiben ist es riecht würzig animalisch also man muss hier gerade diesen silber so ein bisschen zeit geben wenn man den jetzt anspült dann muss ich das ganze erst mal sortieren und setzen also da kommt ein wirklich ein gewürz kracher entgegen das muss man immer so ein bisschen runter kühlen lassen hätte ich beinahe gesagt den duft sich entwickeln lassen 10 15 minuten und dann habt ihr einen himmlischen tollen männlichen duft ohne süße also das ist auch ein typischer signaturduft typischer signaturduft ja habe ich auch lange überlegt ist das eigentlich mein lieblings duft kyros oder hier the man silver dann in dieser version hätte das zeugs dazu hätte das zeugs dazu also absolut toll für den preis ihr müsst das ausprobieren und selbst könnt ihr danach noch verkaufen also das einfach testen oder geht einmal hin in eine parfümerie und teste den original kurs ich finde das wahnsinn wahnsinnig bisschen abartig eigenständig eigenartig abartig wahnsinnig dessen toller toller durch der man silver von milden leute homage oder eine kopie vom guten alten kyros oder kurs von ison mora ok jetzt kommen wir doch gleich im anschluss mit der nummer vier zu noch einem duft von milden leute aber das ist ja versprochener weise auch der letzte von milden leute das ist perfumers choice mojo oder mojo wie man es nennt ja weiter kracher und einer der dürfte oder der dupe dürfte von denen ich das original nie hatte ob sie fällt mir ein flakon oder in packung runter ja so sieht der flakon aus auch wieder achtung steht unter druckbehälter vorsicht beim dosieren also das ist ein dupe vom berühmt berüchtigten oud wood von tom ford absoluter toller duft offensichtlich sehr sehr teuer deutlich über 100 euro ich meine sogar über 150 euro ja ich brauche das original nicht weil ich hier von dem absolut überzeugt bin also das ist ein echter kracher wahnsinn 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 ich kann das hier nicht genug empfehlen das ist ein duft aus kardamon sandelholz und tonka das sind so die vorherrschenden duftnoten kostet bei amazon 12 euro 200 das sind durfte hat mich sofort überzeugt einmal daran gerochen klack top 5 duft also wenn das original nur halb so gut ist dann ist dieser tom ford duft wirklich klasse oud wood soll da also party gestanden haben von tom ford das ist ein super genialer toller duft für die kältere jahreszeit würde ich sagen weil er mal er so würzig und auch ein bisschen süßlich ist nicht zu süß also süß kann man nicht sagen da ist ein bisschen süße drin aber toller duft also wer so die oud dürfte da ist kein oud drin sein oud ist ja ein relativ teurer duftstoff aber in klasse duft geht so klein wenig in die richtung von kathie jetzt kommen wir nicht auf den namen kathie kathie blende ich euch gleich unten ein in der video beschreibung santos genau santos von kathie hatte ich auch mal das ist auch so ein alter habe ich die noch stehen hier habe ich gar nicht mehr so klein wenig in die richtung toller warmer würziger duft und das tolle daran hier an diesem mojo von perfumous choice nummer 10 ist also im übrigen ist die haltbarkeit der hat hier eine monster performance also auf klamotten gesprüht hält er wochenlang ich habe mir also das im winter mal angesprüht und da ist das auf mein pullover gekommen auf mein kaschmier pullover der riecht immer noch danach und das war im winter das ist der hammer der duft ist quasi unabwaschbar und für das geld 12 euro 2 von 100 milliliter habt ihr einen echten duft kracher also wie gesagt haltbarkeit auch so auf der haut da brauchen wir nicht nachzusprühen oder so da kommt ihr locker mit durch den tag wenn ihr das auf auf eure haut sprüht es gibt wirklich wenig im bereich der designer dürfte teuren designer dürfte auch die so eine performance aufweisen das ist sehr rar muss man sagen das zeichnet hier diese geschichten hier von milton leuth aus deswegen bin ich auch so überzeugt davon ich hatte auch schon viele andere dürfte von denen da war das nicht so doll mit der haltbarkeit also das sind hier so die herausragenden dürfte von diesem duft haus will ich das mal nennen aus london und diesen duft hier kann ich absolut empfehlen ich war sofort begeistert einmal gerochen und der musste ins programm und da wird er auch bleiben und den nutze ich auch und trage den sehr sehr oft gerade denn in der kälteren jahreszeit das ist ich in der vorweihnachtszeit und so tolle himmlische warmer würziger duft perfumers choice nummer 10 mojo ja dann sind wir auch schon bei den top 3 angelangt und top 3 ist dieser schöne duft hier von aromas artisanales das ist barrax also aromas artisanales das ist so ein dufthaus das kommt aus spanien glaube ich die ganze geschichte die haben bei uns im einkaufszentrum hier in der nähe so eine kleine filiale da kann man sich die dürfte ausdruck behältnissen direkt abfüllen lassen einmal 100 ml flakon hier wie diesen kosten die dann 17 99 und in 50 ml flakon die sind ein bisschen kleiner die sehen so aus kosten die dann 11 99 die dürfte die man dort kaufen kann sind sämtlich irgendwelchen duft vorbilder nachempfunden um die ganze geschichte ein kleines geheimnis gemacht also welcher durfte die dürfte werden da alle geführt unter irgendwelchen anderen namen oder auch unter nummern so zahlkombination und wird ein bisschen geheimnis drum gemacht welcher duft riecht jetzt wie welches vorbild also das dürfen die wohl aus urheberrechtlichen gründen da irgendwie nicht jetzt die firmen nennen die von dem sie nun diese dürfte nachempfunden haben also gibt es keine liste wo man sagen kann naja ich will jetzt meinetwegen was ich fahrenheit haben das ist denn hier bei aromas artisanales der und der duft das gibt es nicht man muss sich dann da beraten lassen oder übers internet kann man denn da über ein chat quasi die leute anfangen und sagen wenn ich hätte gerne den und den die und die duft kopie oder den duft zwilling was muss ich denn da bei euch für eine nummer wählen um dann den duft zwilling zu haben ich habe da mal das ganze internet abgesucht nach einer liste also da im laden gibt es eine liste aber die darf man weder abfotografieren noch irgendwie wird die ausgehändigt die haben die so klein unter der kasse irgendwo so kleben damit die sich selber da so ein bisschen daran orientieren können damit die bescheid wissen um welchen duft das sich da jetzt dreht die man vielleicht haben will also ich habe mir da immer mal eine liste gewünscht irgendwie aber ich habe das ganze internet abgesucht gibt es nicht also weiß ich nicht wenn jetzt zufällig einer zuschaut und sagt mensch kein problem so eine liste habe ich zu hause bitte meldet euch und sendet mir mal so eine liste zu das wäre echt lieb von euch denn da habe ich auch schon mit engelszungen versucht irgendwie von denen da was zu bekommen habe ich nie gekriegt also da sind diese vorsichtig aber kommen wir jetzt erstmal zu den dürften selber was ist denn das hier also dieser duft der nennt sich hier barracks im übrigen die werden alle noch abgefüllt und dann hiermit zum stift hier bezeichnet welcher duft dessen ist und da das vorbild von diesem duft ist hier einer meiner lieblings düfte das ist der dms und wie gesagt ich habe sie ja beide hier und wenn ich die jetzt auf sprühe dann hat man da kaum unterschied also ich kann das nicht brauchen wenn ich das hier so die 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 handrückengeschichte mache oder auch auf dem papier streifen ich nehme da keinen unterschied war kostet hier so eine pulle deutlich über 80 euro 100 milliliter und hier habe ich also die gleiche geschichte für 1799 von der haltbarkeit genau das gleiche also das unterscheidet sich vom original nicht würde ich sogar sagen auch hier in diesem fall fast noch besser oder länger als das original denn auch hier dieses original der dms ist auch schon über die jahre ein bisschen verbessert worden das muss man ganz einfach sagen und wenn sowas passiert hier ein duft für 90 euro und dann über die jahre noch ein bisschen verbessern dass das nicht mehr so haltbar ist und so weiter dann müssen sich die duft häuser auch nicht wundern wenn die leute zu solchen duft dupes hier greifen oder so ein duft zwilling kaufen der dann auch noch länger hält und deutlich günstiger ist und genauso riecht also da muss man sich dann wirklich fragen warum soll ich denn wirklich noch das original kaufen also da ist man ja schon fast bescheuert ja dann müssen sie sich die duft häuser eben das auch gefallen lassen also es wäre seine tollen dürfte die mal richtige kracher worden von erhaltbarkeit und performance dann da so runterschraubt und runter reformuliert der hat selber schuld muss ich sagen also da habe ich dann auch kein verständnis dafür ja barracks wie gesagt ein duft von aromas artisanales die flakons werden wenn ihr da kauft immer frisch befüllt wird so abgefüllt aus dem behälter da gibt es nicht viele filialen von in deutschland glaube ich nur zwei oder drei wir haben glück dass wir sowas hier in der nähe haben ansonsten könnt ihr das übers internet bestellen hier einen guten online shop und dann lässt ihr euch dann über einen whatsapp chat da von dem besitzer oder wer auch immer da auf der anderen seite sitzt beraten bezüglich der dürfte und ich habe da viele andere dürfte auch da kommt nämlich meine nummer zwei auch her das ist sie gar nicht das ist ein duft den ich euch auch zeigen wollte das ist hier meine nummer zwei das ist der duft 144 auch von aromas artisanales in einer anderen flasche und das ist das original dazu platinum egoist platinum egoist auch eines meiner lieblings dürfte ganz schön ramponiert hier sehe ich schon hier im licht sieht man das nicht die kappe hier eines meiner lieblings dürfte den relativ teurer duft auch von chanel und hier der duft für 17 99 und duftet wie das original für mich nicht zu unterscheiden mit einer besseren haltbarkeit als auch hier bin ich besonders dieser duft ich habe schon häufig gedacht mensch den bestellst du dir gar nicht mehr weil der im laufe der jahre wirklich so verwässert wurde aber wie gesagt ich finde diese dufte einfach nur lecker und einfach toll und überzeugend auch sehr unique kann man ist wirklich hässlich mit den abgekratzten hier auf der muss ich sagen hätte ich das vorher gewusst hätte ich die nummer ordentlich sauber gemacht na egal steht sonst hier bei mir in der vitrine drin weil ich doch meistens hier diesen dup nutze der 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 viel potenter ist kräftiger lang anhaltender und viel günstiger da kann ich ordentlich raus sprühen das kostet mich kaum was und duftet wie das original da muss man sich wirklich fragen warum brauche ich das original denn eigentlich noch ja ich habe es ganz gerne kopie und original nebeneinander sonst habe ich da dann auch so ein bisschen manchmal ein schlechtes gewissen muss man aber eigentlich nicht haben das duftet hier wie das original 1799 100 milliliter wie platinum egoist von chanel toller duft und hier den hatte ich euch ja eben auch schon kurz in die kamera gehalten ja wie nennt sich das hier genave oder so ähnlich würde ich das aussprechen oder genave oder so blöde chanel blöde chanel 100 prozent 100 prozent oder hier 172 hier ist das original habe ich da versace eros 100 prozent gleich und gleiche haltbarkeit selbst hier das eros was ja eigentlich noch als relativ potentes eau de toilette gilt ist auch nicht besser von der performance her und das ding ist schon hier fast leer könnt ihr sehen hier in eros ist noch relativ viel drin toller toller duft toller duft aromas artisanales also platz eins und zwei meiner duft charts für unter 20 euro aromas artisanales kann ich euch nur ans herz legen link werde ich euch unten in die video beschreibung einfügen da könnt ihr euch dann mal im online shop da ein bisschen umschauen tolle dufte tolle tolle dufte ja platz eins meiner top ten dürfte unter 20 euro der duftet nicht nur wie das original sondern der sieht aus wie das original und das ist weiter von cyrus ja wenn ihr den platz sieht könnt ihr euch vielleicht denken und was er der dupe ist magnetische kappe ganz genau ein dupe von dior savage wie gesagt flakon sieht fast identisch aus hat hier auch diese magnetische verschlusskappe wie das original und der duft meiner meinung nach 1 zu 1 1 zu 1 original wie dior savage man kann das quasi nicht unterscheiden also dior savage hat mich auch viele jahre begleitet ich glaube sogar vom jahr an wo sie ihn rausgebracht haben hatte ich eigentlich immer in der sammlung aktuell habe ich gar kein flakon mehr weil ich eine hier diesen weiter nutzt auch das gleiche schicksal wie bei vielen anderen dürften auch der savage in der eau de toilette version ist der maßen runtergeschraubt worden von der performance gerade passiert sowas immer wenn denn neue duftlinien rausgebracht werden hier gibt es ja mittlerweile das eau de parfum von und jetzt das extrakt und man hat immer das gefühl je mehr aus der linie rauskommt desto weiter wird das original runtergeschraubt und das eau de toilette ist gesagt vom original deutlich verbessert worden und ist mit den weiter hier aktuell glaube ich von der performance haltbarkeit und auch von der siegarsch hier gleich auf also da ist kaum ein unterschied wie gesagt original habe ich aufgebraucht und dann nicht nachgekauft weil ich nur noch jetzt hier diesen juke oder den duftzwilling nutze weiter ein toller dufter sprühe ich mir jetzt auch mal was auf weil ich den einfach toll finde also viele meinen ja den nicht mehr mögen zu müssen weil die ganze welt danach duft duftet oder so weiter ebenso bekannt ist und auch so populär war und man sich den überbrochen hat das mache ja sein dass ihr euch den überbrochen hat aber dass ich habe also ganz selten mal menschen wahrgenommen wo ich sage der duftet aber nach sauvage oder so also nicht so dass jeder zweite in der uber nach sauvage duftet das ist absoluter quatsch so viele viele nutzen gar keine düfte und so viele nutzen jetzt sauvage auch nicht natürlich ist es so wenn man den duft jetzt selber viele jahre nutzt dann hat man den irgendwie so ein bisschen über mir ging dir das ja so hatte ich euch gesagt wo ist er denn hier mein kleiner postbrotel da ging mir das auch so habe ich den schon weggestellt egal wo ich den hingestellt muss ja irgendwo sein da geht mir das so den habe ich so häufig gerochen weiß ich nicht da der ist mir ist ein toller duft immer noch aber da gibt es eben andere duft die ich da bevorzugen würde und so ist das natürlich die nase hatten wir auch darüber gesprochen stumpft auch so ein bisschen ab und man hat sich dann irgendwann so dürfte auch unterbrochen wenn man viele jahre hat und das geht sicherlich vielen leuten so die hier den sauvage lange haben oder lange genutzt haben für mich ist das so nicht also ich habe den auch ganz lange schon im programm sozusagen seit es dem eigentlich gibt und ich kann noch nicht genug von haben toller toller duft der unheimlich gerne wahrgenommen wird auch so der tut kein was der ist sehr verträglich so umgänglich der ist nicht so penetrant da duftet man eigentlich nicht nett nett und sauber man kann hier mit mit dem weiter oder auch mit dem zerbarsch eigentlich nicht viel verkehrt machen das ist ein toller duft also meilenstein eigentlich unter den dürften den herren dürften und ja viele sagen das ist eher ein duft für jüngere männer oder so ich fühle mich da noch jung genug für für den weiter und auch für den sauvage ein toller duft der gerne wahrgenommen wird also man wird nicht unbedingt jetzt häufig darauf angesprochen aber so das umfeld reagiert doch eigentlich ganz positiv drauf ein toller duft und gehört eigentlich auch in jede vernünftige pfumsammlung also wer da jetzt kein duft zumindest aus dieser duft richtung hat der ist auch nicht richtig beraten ja okay gut das ist meine nummer eins preis hatten wir noch nicht drüber gesprochen 19,95 Euro bei douglas das ist so ein produkt ich weiß nicht ob douglas da die finger drauf hat den findet man meistens nur bei douglas der ist am dauerangebot von 19,95 mal kostet er denn 22,95 aber ist eigentlich in der regel für 19,95 da 100 milliliter zu haben wie ein schöner schöner schwerer wertiger flakon dickes glas und dann diese tolle verschlusskappe hier und da drin das wässerchen duftet eben auch toll wie das original da kann man nichts verkehrt machen für 20 euro so von der preisskala denn im oberen bereich von 20 euro wenn man über den oberen bereich sprechen kann also er ist natürlich für so einen duft den ihr ja auch jeden tag tragen könnt so ein daily duft absolut toller preis 20 euro und dann so ein kracher duft der vom original quasi nicht zu unterscheiden ist also da kann man nicht viel verkehrt machen ja weiter von der firma cyrus toller dior sauvage duft das ist hier die nummer 1 die ich euch empfehlen kann und dann sind wir eigentlich auch durch ja super das war endlich hatte ich mir schon lange vorgenommen das video zu machen so ein ausflug in die oder kleiner ausflug in die welt der düfte also jetzt günstige dürfte so für everyday denke ich das macht mehr sinn als jetzt über hier einen teuren luxus duft zu referieren oder so in denen sich nachher sowieso kein mensch kauft also das sind also dürfte die kann man ja normal aus der portokasse bezahlen die tun nicht so doll weh und hält im alltag glaube ich weiter als wenn wir jetzt oder wenn ich euch jetzt hier ein duft vorstellt weil sie sich 300 euro kostet und kauft sich ja sowieso kein mensch also macht für mich dann wenig sinn insofern meine top 10 dürfte unter 20 euro das war mir ein video das wollte ich immer schon machen war mir irgendwie wichtig bin ich nicht zugekommen jetzt ist das ding endlich abgedreht gott sei dank also wie gesagt das das thema dürfte für mich auch immer irgendwie in verbindung mit der rasur gesehen weil für mich eine rasur eigentlich auch durch durch die ganzen dürfte die da stattfinden in der seife vom pre-shape und aftershave und so das macht für mich auch so eine rasur so angenehm oder oder für mich so untermalt das ganze denn so eine gewisse richtung finde ich absolut toll das passt für mich irgendwie zum thema rasur und ist für mich ein thema was mich auch immer viel beschäftigt schaue ich immer noch mal was gibt es da neues an dürften und so weiter ja also bei dürften sollte man grundsätzlich immer aufpassen dass man die vernünftig lagert so ein duft kann auch kippen also es ist immer gut wenn man die dürfte dunkel und kühl lagert also dunkel am besten wenn ihr die jetzt nicht zur schau stellen wollt irgendwo ein badezimmer regal oder so originalkarton aufbewahren und da drin dann lagern wie gesagt ein duft kann kippen durch luft die einströmt und einmal durch licht oxidieren die quasi und dann sind die nicht eben nicht endlos haltbar solche dürfte also immer vernünftig schauen wenn ihr mehrere dürfte habt dass die vernünftig gelagert werden ja ich werde sicherlich noch einmal ein duft machen weil das jetzt mit der rasur direkt verbunden ist über meine top 10 aftershaves oder top 5 aftershaves muss ich nochmal schauen gibt es ja auch teure sachen also tolle sachen nicht teure sachen teure sachen gibt es auch ja auch tolle sachen würde ich auch euch auch gerne mal vorstellen da liegt denn der fokus nicht so direkt unbedingt auf den duft duft auch sondern auch auf die auf den pflegeeigenschaften die die aftershaves der haut bieten was ist denn nach der rasur ja dann doch auch wichtig ist ja da werde ich euch sicherlich auch noch mal ein video dann hier hochladen muss ich mal schauen wenn ich das abdrehe ja soviel zur welt der düfte kleiner ausflug wie gesagt dahin mir ist das ein anliegen auch über andere themen jetzt zu berichten nicht nur immer ausschließlich hier rasieren und so er ist natürlich auch das bleibt auch hier das hauptthema aber eben dieses thema dürfte das wird immer mal wieder werde ich das immer mal wieder mit aufnehmen okay ich hoffe dass euch auch dieses video format so ein bisschen gefallen hat und ich euch die dürfte so ein bisschen näher bringen konnte ja wenn ihr die austestet ich werde euch die alle unten nochmal in die video beschreibung da rein triggern oder tickern dann könnt ihr da genau schauen wo ihr die beziehen könnt und wie gesagt also die liegen alle so in so moderaten rahmen da muss man sich dann auch nicht die tode ärgern wenn man da jetzt irgendwie vielleicht einen duft für 10 euro bestellt und der vielleicht nicht ganz so nach seiner nase ist oder so muss man immer auch so relativieren was bezahle ich denn dafür und was kriege ich dafür okay das war's mit den top 10 dürften für herren unter 20 euro ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ihr fragen habt zu den dürften oder auch vielleicht anregungen oder so nutzt gerne die kommentarfunktion ansonsten gerne den daumen nach oben bin mal gespannt wie oft dieses video geklickt wird ob es da überhaupt interesse dran gibt von eurer seite ja und ansonsten wie gesagt kommentare anmerkungen fragen gerne dann nutzen und wenn euch das video gefallen hat würde ich mich natürlich auch über den daumen nach oben freuen und klick auf den abo button immer ist immer gut freue ich mich sehr drüber ansonsten würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video dann wieder zum thema rasur bis dahin bleibt gesund und munter es hat mir wieder viel spaß gemacht mit euch auf wiedersehen und tschüss bis zum nächsten Mal